Willkommen hier im großen Saal beim BGW Forum 2023 und im Streaming. In wenigen Augenblicken geht es hier weiter im Programm. Da vorne sind noch Plätze frei. Trauen Sie sich, damit wir uns hier nicht so verloren vorkommen. Wir sind hier nicht so einsam und Sie auch nicht. Also wir tun in der Regel niemandem was. Sie können auch ruhig noch ein Stück weiter vorkommen. Ja, ich denke, wir können beginnen. Stromausfall, Amoklauf, Pandemie, Personalausfall, Umweltkatastrophen. Sie haben erkannt, dass Ihr Haus da noch nicht wirklich ausreichend Vorsorge getroffen hat und Sie möchten sich in diesem Bereich weiterentwickeln. Deswegen sind Sie hier. Mein Name ist Elke Maria Niebauer. Ich bin Aufsichtsperson der BGW und dieses Thema Notfallvorsorge in Kliniken, das ist so ein Herzensthema von mir, weil ich sehe es in meinen Betriebsbesichtigungen immer wieder, dass die Häuser nicht gut genug darauf vorbereitet sind. Und ja, manchmal werde ich eben auch mit den negativen Auswirkungen konfrontiert. Erstmal ein herzliches Willkommen zu diesen Nachmittagsvorträgen. Ich kann Ihnen versprechen, es wird spannend. Wir haben ganz hervorragende Referenten hier und ich bin selber schon ganz gespannt auf das, was uns nun erwartet. Zunächst noch ein paar organisatorische Dinge. Wir übertragen ja auch im Livestream im Anschluss der circa 20-minütigen Vorträge werden Sie dann die Gelegenheit haben, ein paar Fragen zu stellen. Bei den Fragen, die über den Online-Stream kommen, unterstützt mich Frau Jutta Hinsch. Es wird dann auch ein Mikrofon herumgehen und bitte warten Sie mit Ihrer Frage dann auch, bis das Mikrofon Sie erreicht hat und Sie die Möglichkeit haben, dann auch ins Mikrofon zu sprechen, dass wir alle Sie hören. Die meisten Krankenhäuser wiegen sich ja in Sicherheit, für Notfälle und Krisen gewappnet zu sein, schließlich verfügen Sie ja über den gesetzlich vorgeschriebenen Krankenhaus-Alarm- und Einsatzplan. Aber mal Hand aufs Herz, sind Sie sicher, dass in Ihrem Haus wirklich jeder weiß, was er wann, warum, mit wem zu tun haben wird, wenn eine sogenannte kritische Lage sich ereignet? Haben Sie tatsächlich schon mal die verschiedensten Krisen geübt, damit sich auch der hundertseitige Alarm- und Einsatzplan sich auch in der Praxis bewähren konnte? Auf uns warten nun die spannenden Vorträge, die Ihnen Anregungen geben werden, Ihre Notfallvorsorge noch mal kritisch zu hinterfragen und zu überarbeiten. Den Reigen der Vortragenden führt nun ein ehemaliger Kollege von mir an. Herr Michael Gerhardt war Aufsichtsperson der BGW, heute im Ruhestand oder besser gesagt im Unruhestand zum Glück, denn so können wir ihn heute hier sehr herzlich begrüßen. Eines seiner Hauptthemen in der Beratung war der organisatorische Brandschutz. Und er hat schon vor vielen Jahren damit begonnen, Statistiken zu führen über Brandereignisse in Krankenhäusern. Ehrlich gesagt, als ich damit begonnen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da dachte ich immer, so häufig passiert das ja gar nicht. Sonst würde man viel häufiger in den Medien davon erfahren. Naja, aber ich denke, Herr Gerhardt wird uns die Augen öffnen. Bitte, Herr Gerhardt, Ihre Bühne. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich will den Reigen eröffnen mit ein bisschen Zahlenmaterial, so ein bisschen Problembewusstsein schaffen, vielleicht ein paar Anregungen, wo Sie vielleicht nach diesem Vortrag, wenn Sie dann wieder an Ihren Standorten sind, vielleicht mal etwas genauer hingucken. Und ich beschäftige mich, wie schon gesagt, schon seit etlichen Jahren mit dem Thema Brandschutz für die BGW, war in diversen Gremien, bundesweit mit dem Deutschen Feuerwehrverband, im Dachverband der DGUV und in anderen Gremien. Und seit circa 15, 16 Jahren sammle ich auch, wie schon gesagt, eben Daten zu Brandereignissen. So, jetzt gucken, ob das funktioniert. Jawohl. Und darüber möchte ich Ihnen jetzt heute berichten. Also wir fangen eben mit dem Blog Zahlen, Daten, Fakten an und erzähle Ihnen ein bisschen, wie ich die ganze Recherche aufbaue, was das an Ergebnissen gebracht hat. Wir machen eine Betrachtung der Ursachen. Und zum Ende werde ich auch noch darauf eingehen, auf Präventionsmaßnahmen. Also wo sollen wir in erster Linie ansetzen? Herr Gerz trägt eine graue Weste, ein blaues Hemd und hat eine Halbkratze. Also wie gesagt, seit ungefähr 15 Jahren mache ich regelmäßige Recherchen im Internet, vor allen Dingen mit einem festgelegten Suchstring. Der ist als Beispiel mal, wie so etwas aussieht, dort angezeigt. Dann kommt natürlich Printmedien, TV, wenn da irgendein Ereignis angesprochen wird, dann erfasse ich das auch direkt. Und in meiner aktiven Zeit waren es noch Informationen von den Kollegen, die über Unfallanzeigen auch dann noch das ein oder andere Brandereignis mir lieferten, was es nicht in die Presse geschafft hat. Weil das ist nämlich das Problem, die Datenqualität. Ich mache mit Sicherheit keine vollständige Erfassung aller Ereignisse. Die dunkle Ziffer wird hoch sein. Denn nur das, was in die Medien geschafft hat, kann ich erkennen und registrieren. Das ist dann wie beim Eisberg. Ein kleiner Teil wird nach oben geschwemmt und der größte Teil bleibt im Verborgenen, weil ja auch die Betroffenen gar nicht interessiert sind, in den Medien zu stehen. Also die werden nicht freiwillig sagen, hui, hoi, bei uns hat es gebrannt, sondern die werden sagen, hoffentlich merkt es keiner oder es ist klein genug geblieben. Vielleicht können wir die Presse raushalten. Aber, noch einmal zu früh, wichtig ist aber, das, was ich finde, ist aber zumindest schon mal ein einigermaßen repräsentativer Schnitt des Geschehens. Und man kann daraus auch schon den einen oder anderen Schluss ziehen. Dafür sind es dann doch genug Ereignisse, die man so findet. Deswegen kommen wir zu Ergebnissen. Erstmal steige ich mal ein. Wie gesagt, die letzte Recherche habe ich am Sonntag gemacht, diesen Durchlauf. Die tauchen aber jetzt in den Folien nicht mehr auf. Da war Redaktionsschluss so Mitte August. Aber einfach mal Beispiele aus Juli, August. Also ganz aktuelle Brandereignisse. Was tat sich so? Patient unter Sauerstofftherapie, er hatte halt so eine Nasenbrille, versucht verbotenerweise zu rauchen. Dabei entzünden sich Kleidung und Bettdecke. Das ist kein Einzelfall. Da habe ich mehr einige von solchen Ereignissen. Oder eben, das ist mehr was für die Techniker, Schwedbrand in der Elektro-Unterverteilung. Dehnfugenbrand nach Dacharbeiten. Auch immer gern genommen. Was dann dazu fügt, dass dann doch etliche Bereiche evakuiert werden und so weiter. Obwohl das Brandereignis gar nicht so dramatisch ist. Oder auch sehr oft zu sehen, Patient setzt Matratze in Brand oder Textilien oder Papierhandtücher. Da gibt es x Fälle, dass eben Patienten zum Brandstifter werden. Hier, Patient zündet Bettwäsche und Kleidungsstücke in seinem Zimmer an. Das vergessene Kirschkernkissen der Mikrowelle, was dann irgendwann mal überhitzt und dann zu pokeln anfängt und dann die Station in den Unterrauch setzt. Oder eben ordinär der Brand eines Abfalleimers. Irgendjemand hat da irgendwas Falsches reingeworfen. Das sind einfach ganz aktuelle Ereignisse, willkürlich genommen. Außer, dass ich versucht habe, hier keine Verdopplungen reinzubringen. Weil einige Ereignisse passierten durchaus mehrfach jetzt in den sechs Wochen, die ich dort mal angeschaut habe. Aber das sind eigentlich recht kleine, die ja aber oft eine große Wirkung hatten im Folgegeschehen. Ja, von den letzten sechs Wochen gehen wir mal auf die letzten Jahre. Ich habe mal die letzten kompletten fünf Jahre genommen plus den Rest von diesem Jahr. Also sagen wir mal gut sechseinhalb Jahre. Und in dieser Zeit konnte ich 745 Brandereignisse registrieren. Wenn man es auf gestern liest, sind es jetzt schon vier mehr. Aber okay, da ist jetzt mal die Zahl, die im Raum steht. Und wenn Sie da die Balken sehen, sieht man das oder ich weiß nicht, ob Sie das so gut lesen können, die Zahlen. Das ist eigentlich relativ konstant. Das sind so um die 130 Ereignisse jedes Jahr. Und jetzt aktuell liegen wir jetzt schon bei in der Regel 113. Wir haben aber erst August, Mitte August gehabt, als ich das Bild gezeichnet oder habe zeichnen lassen. Und hochgerechnet würden wir dieses Jahr, wenn es linear weitergeht, bei 175 landen. Also dann doch noch mal ein Ausreißer nach oben. Aber überraschenderweise muss ich sagen, die Streuung ist gar nicht so groß. Aber schon eine Menge. Die Zahl der Ereignisse ist das eine, die Folgen ist das andere. Das Traurige ist, dass eben bei diesen 745 Ereignissen 23 Menschen ihr Leben verloren haben. Allein vier dieses Jahr schon. Aus der Berichterstattung konnte ich zusammenzählen, dass knapp 530 Menschen verletzt wurden. Zum Teil sehr schwer. Die entstandenen Sachschäden laut Berichterstattung lagen zwischen 200 Euro, beim Mülleimer zum Beispiel, bis zu dreieinhalb Millionen. Und in den vergangenen Jahren oder in den Jahren davor gab es auch noch höhere Schäden. Dazu kommen noch für den betroffenen Betrieb Nutzungsausfall. Die Stationen, auf denen es sich ereignet hat, sind oft für Wochen lahmgelegt. Es müssen Ausweichbetten irgendwo organisiert werden. Der Imageschaden. In diesem Haus ist man nicht sicher. Hier kann man bei einem Brandereignis zu Schaden kommen. Und eben auch die persönliche Betroffenheit der Betroffenen, die hier entweder Angehörige dann als Verletzten zu beklagen haben oder eben auch als Todesfall. Und natürlich, dass die Beschäftigten, die das Ganze erleben und für die es auch nicht mit Sicherheit nicht einfach ist, so ein Ereignis zu verdauen, wenn einer ihrer Schutzbefohlen dabei zu Schaden kommt. Das war die traurige Nachricht. Die gute ist jetzt aus Sicht der Berufsgenossenschaft. Unter den Verletzten sind relativ wenige Beschäftigte. Die trifft es am seltensten. Und wenn, dann in der Regel auch nicht so schwer. Ja, die atmen dann in den meisten Fällen Rauch ein, müssen wir unter Beobachtung in ärztliche Behandlung. Aber es wird, für uns gibt es ja den Begriff meldepflichtiger Unfall. Und in den seltensten Fällen wird es ein meldepflichtiger Unfall. Aber über den Tellerrand geblickt, ist es schon ein Problem für Krankenhäuser. Jetzt gehen wir mal auf die Ursachen. Da habe ich mir nicht alle 753 angeguckt, weil ich da die Einzelfälle mir etwas genauer angeschaut habe. Sondern da habe ich dann einfach mal gesagt, nehmen wir einfach mal einen Zeitraum von zwei Jahren. Und da der jetzt gut zu betrachten war, habe ich eben gesagt, 1.7.21 bis 30.06.23. Datum ist eigentlich egal, das ist aber jetzt nur meine Stichprobe sozusagen. Und das waren in der Zeit 293 Ereignisse. Und die verteilen sich auf 161 Ereignisse in Allgemein- und Akutkrankenhäusern. 101 Ereignisse ereigneten sich in psychiatrischen Kliniken und Suchtkliniken. Reha-Kliniken waren 16 Mal betroffen, sonstige Fachkliniken 13 Mal. Und ich konnte auch nicht immer die Klinik identifizieren und deshalb auch nicht sagen, zu welcher Art gehört sie. Weil zum Beispiel in der Presse da nur steht, in Ulm in einem Krankenhaus hat es gebrannt. Und Ulm hat zum Beispiel mehrere Krankenhäuser. Und da weiß ich dann natürlich nicht, wo und kann das dann nicht zuordnen. Oder in Regensburg. Das waren die zwei Fälle, wo ich nicht sagen kann, genau welcher Klinikart das ist. So, erstmal habe ich mir angeguckt, wie ist denn die zeitliche Verteilung. Und da waren 284 Ereignisse auswertbar. Da habe ich eine Zeitangabe gehabt oder zumindest die Angabe morgens, mittags, abends, spätabends oder so. Und das verteilt sich eigentlich relativ konstant über, ich sage mal, rund um die Uhr. Das ist also tagsüber genauso häufig wie in der Nacht. Wobei man beachten muss, in der Nacht ist die Personaldecke natürlich geringer. Und der Schwerpunkt oder so eine leichte Tendenz geht eben an den Nachmittag und frühen Abend. Also im Zeitraum 14 bis 22 Uhr. Da war es dann doch häufiger. Dann habe ich mir angeguckt, den Brandausbruchsort. Wo kam es zum Brand? Und man kann eigentlich so sagen, zwei Drittel ereignen sich im Patientenbereich. Also Patientenzimmer selber waren allein 40 Prozent aller Brände, die im Patientenzimmer sich ereigneten. Und ich sage mal, im gesamten medizinischen Bereich, also in Funktionsbereichen, im Stationsbereich außerhalb des Patientenzimmers, kommen noch ein paar dazu, sodass man einfach sagen kann, ungefähr zwei Drittel sind eben im medizinischen Bereich. Und das restliche Drittel verteilt sich dann auf technische Bereiche, auf Elektroenergieversorgung, auf Wirtschaftshof, sonstige Außenflächen, dass zum Beispiel an der Fassade irgendwas brennt. Der Brand greift dann irgendwie auf die Fassade über. Und da ist ganz viel. Da sind Müllcontainerbrände, Müllpressen und so weiter. Oder eben ein Notstromaggregat, wo irgendwo eine Überlastung da war und durch einen Kurzschluss sich dann ein Brand entwickelt hat. Es werden Kugengrafiken eingeblendet. Ich habe versucht, diese Ereignisse zu klassifizieren, nach welcher Art es ist. Vorsätzliche Brandstiftung oder Brandstiftung allgemein, die man ja wieder in vorsätzlich und fahrlässig unterteilen kann. Und eben den klassischen sogenannten technischen Defekt, der in der Regel ein Versagen eines elektrischen Gerätes, einer elektrischen Installation ist, wo also nicht direkt das Verhalten oder das Handeln einer Person dann dazu geführt hat. Und da sehen Sie, dass fast 70 Prozent in den Bereich der Brandstiftung fallen. 30 Prozent vorsätzliche Brandstiftung, das ist viel. Das heißt, sie hat eine Person ganz bewusst oder vielleicht einfach aufgrund des Krankheitszustandes, vielleicht auch nicht so bewusst, aber sie hat eben vorsätzlich gezündelt, hat eine Zündquelle genommen, ein Feuerzeug und so weiter und hat dann in seinem Zimmer zum Beispiel was angezündet. Und die Fälle gibt es natürlich Verstärker in psychiatrischen Einrichtungen, aber genauso im Akutkrankenhaus und auch da finden wir auch Akutpsychiatrien, wo dann diese Ereignisse meistens stattfinden. Aber nicht nur, da gibt es dann auch noch Brandstiftungen von außen kommend, wo dann gern im Eingangsbereich in der Toilette Papierhandtücher in den Brand gesteckt werden und so weiter. All das findet man. Und dann gibt es eben noch den Block der fahrlässigen Brandstiftung mit 17 Prozent, wo ganz klar war, da eben fahrlässige Unfall mit Rauchwaren und Kippe in Abfalleimer entsorgt, Kippe in Lichtschacht entsorgt. Dann fing das Laub an zu klimmen, was da war, was dann irgendwann Rauchmelder ausgelöst hat und schon stand die Feuerwehr mit der ganzen Maschinerie vor der Tür. Und eben in einem Großteil, in dem Viertel, da konnte man es vermuten, das waren mal die Fälle, wo dann auch schon mal zumindest gesagt wurde, ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden von den Brandursachenermittlern der Polizei. Aber ob es jetzt vorsätzlich war oder fahrlässig, lässt sich da nicht so einordnen. Aber immerhin 70 Prozent irgendwo durch Fehlverhalten, falsches Verhalten von Personen. So, das war sozusagen so die reine statistische Betrachtung. Jetzt mal inhaltlich, was sind denn so auffällige, fahrlässige Brandstiftungen? Schon erwähnt, Umgang mit Tabakwaren, Raucherutensilien. Gegenstände oder Essen auf Herd oder in der Mikrowelle. Stationsküchen, Tee-Küchen, passiert es immer wieder. Möglicherweise auch, Schwester wird gerufen, war sich gerade dabei, einen Tee zu kochen, vergisst ihn oder eben vergessene Gegenstände. Plastikteile stehen auf der Herdplatte. Aus irgendwelchen Gründen wird die eingeschaltet und schon fängt das Ding an zu kokeln. Und wenn man Glück hat, wird es schnell genug bemerkt. Wenn man Pech hat, gibt es ein größeres Ereignis. Bau- und Dacharbeiten werden auch oft dort angenannt. Das ist eben die Dachdecker, die die neuen Dachbahnen oben auf dem Dach aufbringen. Und mit diesen Flem-Geräten dort hantieren, die nicht merken, dass da irgendwo, eben weil auch der Dehnfugenbrand erwähnt, da sind die Dehnfugegeräte oder Flexarbeiten, wo dann Funkenflug irgendwo hingeht und dort eben als Zündquelle wirkt. Dann, das hatte ich eben auch schon erwähnt, dass es mehrfach vorkommt, Rauchen trotz Sauerstoffbrille. Das mal so als Beispiel. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, aber das sind die Sachen, die auch durchaus deutlich mehrfach dann aufgetaucht sind. Im Bereich der vorsätzlichen Brandstiftung haben wir es einmal zu tun mit Patienten, wie schon erwähnt, insbesondere die mit psychischen Veränderungen oder die teilweise, um eben vielleicht von der Station runterzukommen, versuchen Brand zu legen und in dem Getümmel und der Hektik, die dann ausbricht, versuchen, von der geschlossenen Station dann wegzukommen. Manchmal gelingt es, meistens aber nicht, von außen kommende Personen. Aber es gibt auch einige Fälle von Mitarbeitern, die hier aus was für ich für Gründen überführt wurden, hier gezündelt zu haben. Was gern genommen wird bei der ganzen Geschichte, bei der vorsätzlichen Brandstiftung, sind eben Matratzen, Textilien, Gardinen, Möbel, Toilettenpapier, Papierhandtücher. Das sind eben so die klassischen Sachen, die da verwendet werden. Ja, dann haben wir den Bereich der technischen Defekte. Da gibt es Häufungen bei eben klar elektrischen und elektronischen Geräten, die irgendwo Fehlfunktionen aufzeigen, ein Kurzschluss entsteht und die dann anfangen zu schmoren, zu rauchen und gegebenenfalls auch offenes Feuer verursachen. Wir haben den Bereich eben der elektronischen Bauteile in der Haustechnik, Lüftermotoren, Badlüfter, Trafos, sowohl hier im Beleuchtungssystem, aber auch die Trafos in der Notstromversorgung und so weiter, die tauchen hier immer wieder mal auf. Dann Elektroinstallation und Kabel. Und ja, soweit damit mal abgeschlossen. Und meine Erkenntnisse, teilweise schon erwähnt eben, menschliches Fehlverhalten ist größtenteils die Ursache. Aber was auch, was ich jetzt nicht in Zahlen habe, aber das ist einfach mein Eindruck, dass automatische Brandmelder in Verbindung mit beherzt und richtig reagierenden Beschäftigten in ganz, ganz vielen Fällen Personenschäden verhindern konnten und eben auch Sachschaden minimieren. Weil in ganz vielen Berichterstattungen heißt es, als die Feuerwehr eintraf, die wurde durch die Brandmelderanlage alarmiert, hatten couragierte Mitarbeiter den Brand schon durchaus gelöscht und die haben nur noch Nachlöscharbeiten gemacht und so weiter. Und wenn man also frühzeitig das Ganze erkennt und richtig reagiert, hat man noch eine Chance, die Folgen dann zu minimieren. Und dann habe ich dann Sachschäden, die sind dann noch im dreistelligen Bereich, 200 Euro, 500 Euro, 1000 Euro vielleicht noch maximal, aber ansonsten passiert da nicht viel und in der Regel sind die Räumlichkeiten anschließend auch noch nutzbar. Wenn es dann mehr wird, größer wird, dann eben droht immer der Ausfall des gesamten Bereiches. Und eben die Reduzierung der Rauchausbreitung ist eben ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor für die Reduzierung von Personen und Sachschäden. Weil eben auch der größte Teil der Ereignisse auf einen Raum begrenzt ist. Und wenn man es schafft, den Rauch in diesem Raum zu halten oder nur minimal austritt, dann haben Sie auch die Chance, auch viele andere Personen vor Körperschäden und so weiter zu schützen. Ja, nochmal ein Blick auf die Präventionsmaßnahmen. Die Moderatorin steht schon parat. Der Faktor Mensch, wir kriegen keine Nullbrände. Den Faktor Mensch können wir wenig berechnen, daher wird es auch immer wieder Brandeignisse kommen. Aber ich kann eben durch bauliche und technische Brandschutzmaßnahmen das Ganze ergänzen und dann mit wirksamen und organisatorischen Maßnahmen dem Ganzen entgegenwirken. Das heißt, Früherkennung ist wichtig, Information aller Betroffenen und der Rettungskräfte, also entsprechende Alarmsysteme im Haus zu haben. Alle Betroffenen, hier meine ich vor allen Dingen die Beschäftigten, auch befähigen, sich richtig zu verhalten, sei es, dass sie selber in der Lage sind, Feuerlöscher zu bedienen, aber eben, dass sie auch wissen, wie sie jetzt ihre Patienten schützen vor Folgeschäden. Und dass sie Türen geschlossen halten sollen, dass sie nicht alles aufreißen und dann dem Rauch sozusagen freie Bahn geben und dadurch eben den Schaden möglichst klein zu halten. Herr Gerhard, es tut mir wirklich leid. Das ist ja sehr, sehr interessant, was Sie uns da berichten. Ich denke, dass auch die Folgen der Referenten noch ein Stück drauf eingehen. Das ist ein Vorteil, wobei wahrscheinlich die Folien auch in irgendeiner Form anschließend verfügbar sein werden. Ja, ich denke also, dass die Personen, die da noch Fragen haben, noch eingehende Fragen können, da noch auf sie zukommen. Sind denn jetzt noch Fragen im Raum zu dieser Thematik? Die Moderatorin trägt stunkle Schuhe mit fünf Zentimeter hohen Absätzen. Was mich da beschäftigt, ist ja immer, dass wir natürlich im Arbeitsstättenrecht und in der Arbeitsstättenverordnung Entstehungsbrände organisatorisch bekämpfen sollen als Arbeitgeber. Wir aber bei Neubauten häufig das Problem haben, dass die Landesbauordnung dahingehend andere, sage ich mal, Vorgaben hat. Und bei zum Beispiel SBL ist es immer schwierig, da eine Wertigkeit hinzukriegen. Wie sehen Sie das? Also Entstehungsbrandbekämpfung habe ich jetzt ja so verstanden, ist ja das A und O eigentlich. Ich sage mal, wenn man es schafft, ja. Also wenn man früh genug da ist, deshalb ist am wichtigsten die Branderkennung, dass man eben entsprechende, technisch gesehen, wenn man die entsprechende Brandmeldeanlage hat, das entsprechende Alarmierungssystem im Hause, dass dann die Betroffenen vor Ort das auch mitbekommen und die dann eben, das ist ja die organisatorische Maßnahme, dass man Schulungsmaßnahmen, die halt befähigt, dann zu reagieren. Aber eben, Sie haben natürlich über Baurecht, Sie müssen auch im Baurecht gewisse Sachen vorhalten und hier gibt es natürlich auch Maßnahmen, die noch ein bisschen unüblich sind. Man kann auch einen Krankenhaus springen, um Brand im Zaum zu halten, ist aber zumindest hier in Deutschland kein Standard. Sie sagt, erwähnten SBL, da weiß ich, ich konnte es nicht zuordnen. Was war das für ein Begriff? Können Sie mir den nochmal erinnern? Staatliches Bau und Liegenschaft, SBL, ja, staatliches Bau und Liegenschaft. Also, wenn wir jetzt ein öffentliches Haus sind, da geht es ja hauptsächlich darum, wenn die, sag ich mal, nach Landesbaurecht Brandschutzgutachten erstellen, dann steht da immer so lustige Sachen drin, wie Arbeitsstättenrecht und Sachwerteschutz wird nicht mit berücksichtigt. Das ist dann sehr lustig für uns. Das ist aber nach Landesbaurecht richtig. Ja, ja, weil Sie sind für den baulichen Brandschutz zuständig und eben, sag mal, die ganzen organisatorischen Faktor gehört nicht dazu. Das ist Standard im Sonderbaurecht. Das ist ja, Krankenhäuser sind Sonderbauten und die Bundesländer, die haben ja ein spezielles Krankenhausbaurecht, andere haben das nicht. Dann sind es eben Einzelfallentscheidungen der Baubehörde und die sagen natürlich ganz klar, wir kümmern uns nur um den baulichen Faktor und das muss sichergestellt werden, dass Leute das Haus verlassen können, rechtzeitig und dass die Feuerwehr reinkommt. Das ist deren Sichtweise und das andere muss drumherum organisiert werden. Aber eigentlich ist das Brandschutzkonzept, was eben intelligent das Baurecht oder die baulichen Maßnahmen, die man trifft, die technischen Maßnahmen, also Brandmeldeanlagen, Löschanlagen und so weiter, was es da noch so gibt und dann den organisatorischen Faktor zusammenbringt. Das ist eigentlich das A und O, was sein muss. Sie haben recht, die Behörde sagt einfach, das ist nicht unsere Baustelle, aber es ist an sich ein Zwischenstandard, dass ein Fachplaner ein Brandschutzkonzept bei der Beantragung des Bauvorhabens mit einreicht und da kenne ich doch viele Fachplaner, die diese drei Teile oder Bestandteile des Brandschutzes auch mitdenken und hier zumindest Empfehlungen geben, auch wenn sie baurechtlich hier keine verbindlichen Vorgaben machen können, aber sie schreiben doch meistens Empfehlungen rein. Deswegen wäre es ja auch so wichtig, dass man bei der Planung schon die Berufsgenossenschaft durchaus auch mit mal ins Boot holt oder zumindest auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit, dass da einfach der Arbeitsschutz auch vertreten ist. Weil ich komme immer wieder in Häuser, wo einfach die Mau-Maßnahme schon dem Ende zugeht und ich dann sage, die Räume, die passen so nicht, die entsprechen nicht der Arbeitsstättenverordnung. Also durchaus mal nachfragen, dass man hier prüfen kann oder dass man auch mit Informationsmaterial den Architekten auch darauf aufmerksam machen kann. Das wäre auch ganz wichtig, weil die haben per se nicht den Arbeitsschutz im Blick. Wichtig ist, dass Sie als Auftraggeber wissen müssen, was können Sie fordern oder was sollen Sie fordern. Der Architekt macht das, was ihm gefällt, aber Sie haben halt noch andere Ansprüche. So, vielleicht noch eine andere Frage. Wir haben im Online noch eine Frage. Frau Hintz. Ja, genau. Hier kam eine Frage zum Thema Brandursache und zwar, ob sich auch der Klimawandel hier bemerkbar macht durch Hitzetrockenheit oder auch durch Unachtsamkeit, durch Erschöpfung. Kann ich nicht so aus den Daten oder dem, was ich so da zur Verfügung habe, rauslesen? Gut, also ich denke, Herr Gerhards, Sie haben Ihre Kontaktdaten auf dem Schirm, weil wir müssen jetzt leider ein bisschen Gas geben. Wir haben auch noch zwei andere Referenten, die Ihr Wissen an den Mann bringen möchten. Vielen Dank, Herr Gerhards, für den sehr, sehr interessanten, also mir haben Sie die Augen geöffnet. Ich bin schon sehr beeindruckt, was denn alles passiert, von dem wir gar nichts wissen. Das ist schon beeindruckend. Also es lohnt sich schon tatsächlich auch, ein großes Augenmerk auf den Brandschutz zu legen. Ja, Brandschutz, eigentlich ist das eine gute Überleitung. Haben Sie sich denn schon mal Gedanken gemacht, wenn, was Sie tun würden oder was Ihre Kollegen tun würden, wenn im Operationsbereich ein Feuer ausbricht? Trauenvolle Vorstellung, wie ich finde. Der nächste Referent, Herr Dietzer, wird uns nun in seinem Vortrag Patientensicherheit bei Brandereignissen OP von seinen Erfahrungen darüber berichten. Herr Dietzer hat Einblick von mehreren Seiten in dieses Geschehen. Zum einen ist er Anästhesist. Er ist aber auch im Sanitätsdienst im Einsatz gewesen. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er hält Fachvorträge zu den Themen der Brand- und Katastrophenschutzorganisation. Und heute ist er als Brandschutzbeauftragter und Krisenmanager im Universitätsklinikum Würzburg. Herr Dietzer, ich bin ganz gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Ja, vielen Dank erst mal. Frank Dietzer trägt ein blaues Akku, ein hellblaues Hemd, Brille, kurze Frisur. Wir haben jeden Bereich des Krankenhauses, wo wir ja heute sind. Natürlich auch im OP. Nur mal die Rahmenbedingungen. Wir haben vielleicht in uns, wir haben ein kleines Haus. Wir sind das Universitätsklinikum Würzburg. Von Rahmen haben wir das Krankenhaus der Maximalversorgung, haben im Moment 1.469 Betten, 69.000 voll- und teilstationäre Patienten bei uns liegen, 250.000 ungefähr ambulante Patienten. Wir haben 7.400 Direktmitarbeiter des Uniklinikums Würzburg und haben einen sogenannten UKW-Service. Also das ist alles, wo zum Beispiel auch Patienten von den Stationen in den OP bringt, wo Essensverteilung macht und so weiter. Also roundabout 10.000 Mitarbeiter. Wir sind aufgeteilt in einer Größenordnung von 30.000 Quadratmetern mit 42 Häuser, 33.000 zentral, 3.000 dezentral und zusätzlich noch verschiedene Bereiche wie Apotheken, die jetzt hier nicht mal in die Zahlen fallen. Wir haben insgesamt 36 OPs. Das Ganze auf 5 Häuser aufgeteilt und dementsprechend kann man sich denken, bei uns passiert auch ab und zu was. Also aktuell heute hatten wir 2 Brandalarme, 26 zentrale, wie gesagt, das Rest alles dezentral, also in einzelnen Gebäudebereichen. Ja, unser Campus, wie gesagt, erstreckt sich über die halbe Stadt und dementsprechend natürlich auch für uns im Bereich des Brandschutzes nicht ganz so einfach, weil wir können es halt nicht verteilen. Im Moment sind wir eineinhalb Kräfte, sollte ausreichen, also im Moment eine. Gut, kommen wir mal zu Brandereignis im OP. Jeder kennt die Situation, wir haben einen Brandalarm. Ich hoffe, es kennt niemand die Situation. Ich hatte einmal leider persönlich erleben müssen, dass wir einen Meldeeinlauf in einem OP hatten. Ja, dann war die Feuerwehr in voller Motur im OP gestanden, beim Fehlalarm. Und das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, hier springe ich heute mal ein, dass so etwas nicht passiert beziehungsweise vielleicht eventuell entsprechend zu vermeiden sein könnte. Wichtig ist natürlich der Brandschutz, also auch wir im Bereich des Brandschutzes müssen schon in der Planung entsprechend mit dabei sein. Wir kennen das, wir haben es vorhin gehört, das staatliche Bauamt. Wir haben auch so ein Ding. Mindestausstattung ist bei denen das Übliche, außer man überzeugt sie irgendwie, dass es natürlich sehr schwierig ist, aber die Bauplanung, wenn der Brandschutz integriert ist, ganz, ganz wichtig. Gebe ich vollkommen recht. Wichtig natürlich auch im Betrieb bereits Ansprechpartner im OP definieren. Die ganzen Ansprechpartner auch müssen natürlich alarmierbar sein. Wir kennen es heute in vielen Häusern, dass leider die stille Alarmierung bevorzugt wird, entweder durch Pager-Systeme, Telefonsysteme oder Ähnliches. Verschiedene Schlüsselbereiche wie jetzt auch in OP werden teilweise vergessen. Wie es selbst festgestellt, auch wir sind nicht unfehlbar natürlich. Wir hatten auch letztendlich ein Brandereignis in unserer sogenannten Kopfklinik. Ja, da ist leider im Alarmsystem das Starrie vergessen worden. Auch das natürlich kann man beseitigen, ganz klar. Hier einfach ein paar Empfehlungen. Wie gesagt, Gesetze kann man natürlich nicht aussprechen. Das machen die Länder. Und dementsprechend Kennzeichnungswesten ganz wichtig. Viele kennen es auch in diesem Katastrophenbereich, üblicherweise Manf, dass man hier verschiedene Kennzeichnungswesten hat. Das kann ich auch nur empfehlen für ein OP. entsprechend auch als Gegenpart die Feuerwehr mit einbinden, dass die auch wissen, was die Rote Weste da macht. Und natürlich die Erreichbarkeit für anrückende Kräfte definieren. Jede Feuerwehr hat einen Alarm- und Einsatzplan auch von dem Haus. Und auch wenn da steht zum Beispiel Brand im OP, stehen da entsprechend Weisungen drauf, die dann auch von der Feuerwehr selber mit entsprechend berücksichtigt werden müssen. Wichtig ist natürlich auch im Vorfeld, wie gesagt, die spezielle Situation ansprechen. Und hier bin ich immer für die Prävention, als dann später im Nachgang sich zu beschweren, warum die Feuerwehr im OP steht. Denn Brandschutzbeauftragten natürlich, sobald er hauptberuflich auch im Haus unterwegs ist, natürlich mit einbinden. Kleinere Häuser, ist oft die Technik mit eingebunden in den Brandschutz oder es gibt externe Brandschutzbeauftragte, da muss man natürlich klären, wie das vertraglich aussieht, ob da auch eine Möglichkeit besteht, dass der entsprechend auch da zum Einsatz kommt, wenn was ist. Direkte Maßnahmen im OP, wenn der definierte Mensch, der im OP zuständig ist, also meine Empfehlung ist immer, nicht weil ich aus der Branche komme, sondern weil es einfach sich gut eingeeignet hat, eine leitende Anästhesiekraft hier mit einzubinden, die müssen ja im Bereitschaftsdienst hier sein, die müssen auch da sein und die sind eigentlich die, die auch am flexibelsten sind. Sehr oft hat man Häuser, wo auch zugleich noch ein Oberarzt, der Anästhesie im OP Dienst hat, beziehungsweise Entschuldigung, in der Intensivstation Dienst hat. Da wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, diesen entsprechend hier mit einzubinden, mit kennenzulernen zu zeichnen und entsprechend, wenn die Brandmelderanlage ausgelöst hat, diese Person mit zu alarmieren. Nur wie gesagt, Ideen, je nach Größe der Häuser muss man das natürlich individuell gestalten. Der wird natürlich entsprechend aufgesucht, auch entsprechend von der Feuerwehr. Wichtig ist natürlich, dass der auch zugleich mal schaut, welcher Brandmelder ausgelöst hat. Ich kann nur sagen, im Haus haben wir eine sogenannte operative Einsatzleitung, die trifft sich dann entsprechend an der Zentrale des Hauses und die bilden eine vorsätzliche Einsatzleitung schon bevor die Feuerwehr da ist und wird natürlich auch mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr das besprechen, damit die nicht irgendwie irgendwo in die Schleuse rein stiefeln, ohne irgendwie Maßnahmen zu ergreifen, hygienische Maßnahmen, arbeitsrechtliche Maßnahmen sind natürlich auch hier mit dabei. Nach der Feststellung wird geschaut, wie gehen wir vor? Was kann man machen? So sieht es dann bei uns zum Beispiel aus. Wir haben hier vier Personen des Hauses. Wir haben einmal diesen Einsatzleiter, der aus dem medizinischen Bereich kommt. Wir haben einmal die Pflege natürlich mit dabei. Hier ist es so, dass ein 24-Stunden-Dienst immer da ist. Also hier in dem Bereich macht das bei uns die Anästhesie. Und wir haben einen Bereich der Technik. Dieser Technikbereich ist natürlich auch nicht immer erreichbar. Der ist von 22 Uhr bis 4 Uhr nicht erreichbar. Da ist er im Bereitschaftsdienst. Braucht also 10 Minuten, bis er da ist. Und die Logistik ganz wichtig, auch für den Transport, damit hier auch entsprechend Maßnahmen ergriffen werden können. Vier Personen von hinten mit unterschiedlichen Westen plus der Einsatzleiter der Feuerwehr im Bild. Wir haben eine Fehlauslösung. Da gehen wir das mal als Beispiel an. Die anrückende Feuerwehr soll natürlich in dem Bereich geleitet werden und nicht selber dahin stiefeln. Möglichst hygienisch. Das heißt, im Vorfeld mit denen auch wirklich mal das Durchgehen mit den Einsatzleitern, mit den Führungskräften von dort wirklich auch mal sagen, so einer geht mit, der kriegt den Überkittel an und rennt nicht mehr der vollen Montur rein. Wenn wir schon im Vorfeld geprüft haben, der Rauchmelder, der blinkt mich freundlich an. Das war es aber dann. Wichtig natürlich, den Bereich trotzdem abriegeln. Auch die hygienische Sicht wieder betrachten, wenn das geht. Ich weiß, es gibt Häuser, die natürlich deutlich weniger OPs haben. Wenn man halt nur zwei OPs hat, dann kann man nicht einen davon abriegeln meistens. Bei uns kann man halt ein Riegel zumachen und dann haben wir halt noch zwölf weitere OPs. Dann geht es schon einfacher. Den Betreiber natürlich entsprechend informieren von der Brandmänneranlage selbst, dass die die auch entsprechend fern zurückstellen können. Haben wir ein tatsächliches Ereignis, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir haben Patienten, die noch nicht in Narkose sind. Wir haben Patienten, die schon narkotisiert sind. Und halt Patienten, die entsprechend schon aufgeschnitten sind oder gerade am Zumachen. Und da wird es natürlich dann besonders schwierig. Organisierende Ärzte entsprechend, die muss man informieren. Also haustypisch haben wir zum Beispiel einen organisierenden Chirurgen. Chirurgen haben so eine kleine Eigenschaft, die wollen immer operieren. Egal, ob es brennt oder nicht. Die muss man erst mal überzeugen, dass es unterbrechen. Das ist eine schwierige Sache, kann ich gleich sagen. Entscheidung, wo ist der kritische Bereich jetzt? Kann ich weiter operieren? Kann ich es nicht? Viele technische Probleme. Es gibt OPs, wo man einzeln entsprechend die Lüftung abschalten kann. Fatal ist es natürlich, wenn es komplett ein Stränge ist. Der erste Strang, haben wir ein Brandereignis, im letzten Strang kommt entsprechend Rauch raus. Dann habe ich immer ein kritisches Ereignis. Noch nicht narkotisierte Patienten, die sollte man rein Empfehlungen in den Aufwachraum ausschleusen oder direkt ausschleusen, wenn sie überhaupt noch nicht prämediziert sind. Patienten natürlich ohne Vollnarkose in den Aufwachraum. Also wir gehen von einer Teilnarkose, Spinalanästhesie aus und Patienten, die noch nicht die OP begonnen hat. Auch hier möglichst ausschleusen, ansonsten mit Beatmungsmöglichkeiten auch entsprechend den Aufwachraum. Begonnene OPs natürlich, je nachdem, wie weit die OP schon fortgeschritten ist, entweder sofort abbrechen als Notfallabbruch. Es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wenn man einen offenen Bauch hat, dass man den trotzdem abdecken, verschließen, möglichst steril verschließen kann natürlich und den Patienten dann anschließend auf eine Intensivstation verlegen. was aber im Vorfeld alles geplant sein muss. Das sind auch nur Tipps, je nachdem, wie gesagt, was wir für Ressourcen bei uns in den einzelnen Häuser haben. Die Intensivstation muss natürlich informiert sein. Da reden wir wie ein Massenanfall von Verletzten, dass wir eine Trennung machen, sofortige Verlegung von Patienten, die nicht unbedingt auf Intensiv müssen oder vielleicht in den nächsten Stunden sowieso verleckt werden. wäre natürlich hier das Optimum, wenn man es machen könnte. Und ansonsten natürlich bestellte Patienten, die zum OP kommen, entweder abbestellen oder halt in der Schleuse zurückschicken. Es sind natürlich nur wenige Maßnahmen aufgrund der Zeit, die wir hier natürlich ansprechen können. Für mich, wie gesagt, ganz wichtig. Schwierigkeiten, die wir dabei haben, müssen wir natürlich berücksichtigen. Wie, was ich schon gesagt habe, dass natürlich jeder seine Arbeit fertig machen möchte. Die nächste Schwierigkeit natürlich, dass es auch Feuerwehren gibt. Keine Frage, die sich nicht unbedingt an diese Anordnungen halten. Da muss man gucken, wie man das vielleicht räumlich regelt, bevor wir neu bauen. oder was man vielleicht organisatorisch ändern kann. Zum Beispiel Schleusen, die nur mit entsprechenden Tastenkombinationen aufgehen, wo die Feuerwehr keinen Schlüssel hat. Ich weiß, es gibt immer Schwierigkeiten bei der Feuerwehr. Die wollen überall rein. Das ist mir schon klar. Es gibt also Möglichkeiten schon, auch rechtlich, damit man sagt, wenn Fehlalarm ist, steht nicht alles im OP drin. Wie gesagt, das hat sich jetzt einmal erlebt, muss nie mehr sein. Natürlich sind Maßnahmen sehr schwer durchzusetzen, was ich gerade gesagt habe. Personen natürlich brauchen auch die Weisungsbefugnis gegenüber jedem und allem, auch der Feuerwehr in dem Fall. und dementsprechend muss man weit im Vorfeld schon gucken, bevor es passiert ist, was können wir machen. Es gibt viele Schnittstellen natürlich, was man bedenken soll, auch nur, wie gesagt, je nach Größe des Hauses. Ein Patiententransport, falls es den gibt, der muss mit eingebunden sein, muss alarmierbar sein natürlich auch für Nachgang. Leitende Ärzte müssen mit dabei sein. Aufzugsteuerung von der Technik. Wir wissen, die Brandmelderlache fällt aus. Normalerweise Feuerwehrschlüssel hat nur die Feuerwehr für den Aufzug. Es gibt immer einen von der Technik, der hat auch einen Schlüssel. Die Hygiene mit einbinden. Was können wir machen? Was könnten wir vielleicht für Maßnahmen treffen, was für uns hygienisch auch relevant ist? Natürlich Brandschutz intern, wenn wir eigene Kräfte haben, die vorhin, haben wir es gehört, die organisatorisch unterstützen können, die natürlich entweder alarmieren und ganz wichtig, auch die Krankenhauseinsatzleitung, je nach Größenordnung, dass wir die natürlich im Vorfeld auch schon mit dabei haben. Das wären natürlich die Ideen, Lösungen natürlich, gemeinsame Konzepte, sowohl Planer als auch Feuerwehr, als auch wir als Haus selbst, wenn möglich üben. Klar, je nachdem, wie groß die Häuser sind, wenn ich jetzt eine OP zumachen kann, kann ich das mal im geschlossenen OP in dem Bereich üben. Es ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und natürlich einzelne Bereiche direkt schulen, damit die nicht in der allgemeinen Schulung sitzen, wie in einem großen Plenum, sondern dass die für ihre Bereiche auch eine direkte Schulung haben, sowohl Führungskräfte als auch vielleicht Feuerwehr und natürlich auch die anderen Mitarbeiter. Dadurch minimiere ich natürlich die Gefahren und auch hygienisch sind wir da auf der sicheren Seite. Das war doch schon wieder mal sehr interessant. Wir sind jetzt auch spontan ein paar Fragen gekommen. Jetzt frage ich aber erst mal Frau Hinsch. Ist was im Online-Chat? Nein, keine Fragen. Sind hier im Saal Fragen? Hier vorne ist eine Frage. Einen kleinen Moment bitte. Das Mikrofon wird in die zweite Reihe zum Fragesteller gebracht. Der erhebt sich. Vielen Dank für Ihren Vortrag und der Präsentation. Aber ich muss es einfach loswerden. Entweder behandeln Sie nur Männer und Sie haben auch nur männliches Personal oder Sie haben in Ihren Folien einfach die weibliche Form vergessen. Und das finde ich schade. Ich wollte Sie bitten, sollten Sie diesen Vortrag woanders noch mal halten, vielleicht einfach die männliche und weibliche Form nehmen. weil es stößt schon ein bisschen auf, wenn man nur leitende Ärzte hat und nur Patienten. Und das war einfach meine Bitte. Ansonsten fand ich Ihren Vortrag sehr informativ. Vielen Dank. Alles gut. Danke für die Kritik. Nehme ich natürlich mit. Manchmal denkt man da nicht so weit, wenn man den schreibt. Aber vollkommen berechtigt wird geändert. Darin kann man sich weiterentwickeln. Genau. Ist am Morgen ein Update. Sind weitere Fragen hier im Raum? Ja, da hinten. Das Mikrofon wird hinten ins Plenum an einem männlichen Fragesteller gereicht. Eine fachliche Frage. Ich meine es rausgehört zu haben, aber nur noch mal als Bestätigung. Haben Sie eine Werkfeuerwehr in Würzburg? Weil es ist ja ein sehr, sehr großes Haus. Gibt es da auch Überlegungen? Leider nein derzeit. Ich bin gerade dran, eine Betriebsfeuerwehr zu gründen. Genau aus diesem Hintergrund. Werkfeuerwehr natürlich. Als Rahmenbedingung ist deutlich teurer. Aufgrund der Lage des Hauses. Wir haben wie gesagt, Patienten führende Häuser sind es 32. Würden wir das so gestalten, wir hätten praktisch ein Führungsfahrzeug, hätten in den einzelnen Bereichen Personal, was Rollcontainer hat, die entsprechend mit Aufzügen, mit Sonderfunktion dann entsprechend auch an den Schadenort kommen. Armschutz, alles drauf. Weil so wie eine Werkfeuerwehr ist ja vorgeschrieben, auch mit Fahrzeugen. Das ist bei uns natürlich im Campus relativ uninteressant. Dazu zu sagen, dazu zu sagen, wir haben leider, Würzburg ist so eine Größe, wo zwar eine Berufsfeuerwehr hat, aber nur einen Löschzug. Da wird schon bei Gefahrguteinsatz, also Gefahrguteinsatz, auch schon die Freiwilligen dazukommen. Und deswegen ist natürlich so etwas organisatorisch in Planung. Bisher noch nicht. Ich bin erst seit zwei Jahren im Haus, aber ich gehe es gerade an. Dankeschön für die Frage. Weitere Fragen? Weil dann hätte ich gerade noch eine Frage an Sie. Der Kameramann hätte auch noch eine Frage. Ich meine, das Üben hört sich voll an. Ja, wenn Sie mal eine OP frei haben oder so, wie ist es denn praktisch? Ich meine, ich habe jetzt einen OP-Bereich, wo den ganzen Tag Operationen durchgeführt wird. Wie gehe ich das praktisch an? Weil das ist letztendlich immer der Knackpunkt in den Betrieben. Verstehe ich voll und ganz. Es gibt verschiedene Gedankengänge. Wir haben zum Beispiel Fachrichtungen wie Urologie, mit im Hause, die eigene OPs haben. Üblicherweise, warum auch immer, ist unter dem Jahr alles im Betrieb. Zwischen den Jahren ist es sehr oft so, dass verschiedene OP-Trakte zugemacht werden, weil da weniger OPs, Routine-OPs stattfinden. Und diese Bereiche nutzen wir dann und nehmen das. Oder wir haben zum Beispiel diese sogenannte Kopfklinik. Da haben wir Augen-OPs, die laufen nur in einem Jahr, nicht zwischen den Jahren. Auch da kann man dann entsprechend, wenn mal ein Leerlauf ist, was sehr selten vorkommt, so etwas machen. Was auch eine Möglichkeit wäre, jeder OP braucht ja eine gewisse Revision. Auch in dieser Revisionsphase wäre eine Möglichkeit, dann einmal einen Tag zu nutzen. Meistens sind die so drei, vier Tage diese Revision und dann da entsprechende Übungen einzuplanen. Weil es muss ja schon immer das Team vor Ort sein. Es kann ja nicht sein, dass man das jetzt in der Augenklinik, die an einer ganz anderen Stelle ist, dann das übt, aber die anderen wissen es dann immer noch nicht. Genau. Und da das unterschiedliche Gebäude sind, ist es halt sehr praktisch, weil das Team in diesem Gebäude könnte zum Beispiel eine Augenklinik das machen, das Team in einem anderen Gebäude könnte das für die Kopfklinik machen, die sowieso ja eigenständig sind. Und wie oft machen Sie das jetzt in Würzburg? Also wir machen das dieses Jahr noch zweimal und nächstes Jahr wahrscheinlich viermal. Und ist das angekündigt oder spontan? Dieses Jahr noch angekündigt, nächstes Jahr zwei ja, zwei nein. Ja, schön. Ja, ist leider so. Das ist auch, klingt immer gut. Also vor zwei Jahren bin ich, wie gesagt, erst dazugekommen. Alles ganz toll, alles groß. Nur kann ich so sagen, Hose runterlassen. Wir hatten noch keine einzige Mann für Übung bis dieses Jahr gehabt. In zwei Wochen haben wir die erste. Also nur mal so. Also auch wir sind nicht perfekt. Aber wir bauen darauf auf, dass von dem Ergebnis jetzt entsprechend dann auch Maßnahmen ergriffen werden. Ist da noch eine Meldung? Der Kameramann mit der Führungskamera. Es ist etwas ungewöhnlich, dass ich mich melde. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Mein Name ist Johannes Bünger. Ich bin Sicherheitsbeauftragter einer Ortsfeuerwehr in der Gemeinde Salzhausen. Und ich wollte nur einmal nachfragen, ob Sie auch an den ländlichen Raum gedacht haben und nicht nur an die Städte mit Berufsfeuerwehr. Denn bei uns ist es so, wir haben in der Gemeinde Salzhausen ein neues Pflegeheim mit einer neuen Brandmeldeanlage. Und tatsächlich steht eine Ortsfeuerwehr jetzt kurz vor der Meuterei, weil die zum Teil drei, viermal die Woche nachts Meldungen haben. Und das ist natürlich eine freiwillige Feuerwehr im ländlichen Raum wirklich eine Herausforderung. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja, kenne ich das Problem. Also wir haben auch von der Freiwilligen aus haben wir Pflegeheime mit im Repertoire drin. In einem Pflegeheim war routinemäßig einmal die Woche ein Alarm. Hat man dann festgestellt, dass die Anfahrt, das war immer der gleiche Wochentag und es kam, nach fünf Wochen hat man es festgestellt, immer zur gleichen Zeit die gleiche Lieferung im gleichen LKW. Der hat leider kein Dieselpartikelfilter drin gehabt und der hat den Rauchmelder ausgelöst. Hat sehr lange gedauert, die Feuerwehr freut sich immer wieder. Da haben wir auch soweit auch jetzt schon dran gedacht. Also wir haben auch deswegen von der Standortgröße her ab einem Zug werden die Freiwilligen mit alarmiert. Da muss man immer sagen, auch da sind Führungskräfte dabei, die sind nicht jeden Tag in der Uni. Und da gucken wir auch, dass wir viermal im Jahr für die prinzipiell eine Veranstaltung betreiben, vor Ort neue Bauten angucken, dass auch die Freiwilligen prinzipiell hiermit integriert sind. Kann ich auch, wie gesagt, nur den Heimen empfehlen, dass die von vornherein auch hier mal positiv sind. Ja, ja. Ich verstehe es. Ja, ja. Ja, da war noch eine Frage. Ach so, okay. Ja gut, prima. Wenn keine Fragen mehr sind, Herr Dietzer, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Sehr gerne. Wer sich mit dem Thema noch etwas näher befassen möchte, Sie haben, glaube ich, morgen auch einen Workshop. Ist das richtig? Genau. Also morgen zu dem Thema haben wir einen Workshop. Wer mal Chirurg spielen will, kommt morgen vorbei. Wer es ist, natürlich gerne auch. Und was kann man da erwarten, wenn man sich einen Workshop hat? Also morgen ist der Plan, dass wir mal so ein bisschen auch in die Praxis wirklich reingehen, dass verschiedene Positionen vergeben werden, wo man auch die Möglichkeit hat, wie plane ich etwas, wenn was passiert ist. Nicht schon im Vorfeld, das geht natürlich in der Zeit auch nicht. Aber was kann ich machen? Wenn muss ich informieren? Einfach mal so Schnittstellenübungen machen, damit man da mal auch die Leute zusammenbringt oder vielleicht mal Ideen einfach von außen kommen, wo wir auch gern mitnehmen oder wo ich gern mitnehme und wir uns da austauschen können, wie kann man so etwas wirklich ein Schadensereignis planen? Ja, prima. Also nicht planen, sondern abwehren. Also da bin ich schon ganz gespannt. Ich bin dabei. Vielen Dank, Herr Dietzer. Dankeschön. Frank Dietzer setzt sich wieder an den Tisch und der neue Referent steht auf. Ich möchte mich vorstellen zu dürfen, das ist Herr Professor Rechenbach. Er muss sich jetzt wirklich spicken, weil er war schon in so vielen Themen befasst in seinem beruflichen Leben. Gefahrenabwehr, Führungsorganisationen, Kommunikations- und Datensysteme in der Gefahrenabwehr, der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, CBN-Protektion, sind nur einige davon. Und in diesen Themen ist er Fachexperte und er war diesbezüglich sogar schon für die Vereinten Nationen im Einsatz. Professor Rechenbach ist auch Mitglied der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Krankenhauseinsatzplanung, wie übrigens die anderen Referenten auch. Nur hier erwähne ich das explizit noch, weil mir das jetzt noch eingefallen ist, dass ich diese DARCAP, also Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Krankenhauseinsatzplanung, auch noch mal erwähnen möchte. Die hat zusammen mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe das Handbuch CAPP entwickelt. Und das sei an dieser Stelle noch mal erwähnt. Ich kann das nur empfehlen, auf dieser Homepage der DARCAP mal sich über dieses Thema näher zu informieren. Herr Professor Rechenbach ist also Fachmann für kritische Lagen. Also er weiß, was man tun muss, wenn sie denn auftreten. Er weiß aber natürlich auch, wie man Vorsorge trifft, damit die Auswirkungen einer kritischen Lage nicht so gravierend sind. Ich glaube, Sie erläutern auch so die praktischen Herangehensweisen ein bisschen, wie man an eine Notfallvorsorgeplanung herantritt, wenn man sich damit noch nicht eingehend befasst hat. Ich bin jedenfalls gespannt auf Ihren Vortrag. Herr Professor Rechenbach, bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind in der Freien und Hansestadt Hamburg. Der eine oder andere ist nicht Hamburger. Ich bin ein hamburgisches Urgestein. Und bevor ich Ihnen fachliche Dinge erläutere, möchte ich darauf hinweisen, dass die heute einführenden Erläuterungen Sie motivieren möchten, morgen zum Workshop zu kommen. Denn die Zeit heute ist sehr eng und sehr knapp. Aber da Sie nun zufälligerweise aus vielerlei Gründen, guten Gründen Hamburg besuchen, gestatten Sie mir zwei, drei wichtige Elemente. Der Hamburger sagt zur Begrüßung Moin. Was heißt das? Das ist eine rund um die Uhr gültige Begrüßungsformel, die zum Ausdruck bringt, dass man sich sehr freut, sie zu treffen und dass man Ihnen für den Rest des Tages gutes Gelingen und insbesondere Erfolg wünscht. Es ist also eine umfassende Formulierung in einer Kurzform. Der eine oder andere von Ihnen hat aber auch gehört, dass dann jemand sagt Moin, Moin. Das sind Schnaggers. Was im Klartext heißt, die reden zu viel. Das ist dem Hamburger Fremd. Moin muss genügen. Eine zweite Sache möchte ich auch Ihnen ans Herz legen. Genießen Sie die Stadt. Vielleicht sind Sie eigentlich viel zu kurz hier. Hamburg ist keine Residenzstadt. Wir haben keine große Kirche. Wir haben ein paar schöne Kirchen, aber keine so riesige, wie andere Städte sie haben. Wir haben auch kein Schloss oder irgendwelche Residenzen von Grafen, Fürsten oder sonst irgendetwas. Wir sind eine Kaufmannsstadt und wir leben davon, Umsatz zu machen und ein Teil des Umsatzes bleibt. Den sacken wir ein. Und deswegen kann man Hamburg nicht besichtigen. Sie können Hamburg erleben. Da brauchen Sie drei Wochen. Weniger hat keinen Wert. Aber wenn Sie die drei Wochen hier sind und Hamburg genießen, dann suchen Sie sich auch hier die Arbeit. Also insofern empfehle ich Ihnen durchaus, einfach mal Hamburg zu genießen. Und der eine oder andere von Ihnen mag aus Bayern kommen, aus dem Freistaat Bayern. Und da möchte ich auch noch einen abschließenden Hinweis geben. Hamburger waren nie Preußen, sind nie Preußen gewesen und werden auch nie Preußen sein. So viel dazu. Wir sind nordisch by nature, aber wir sind keine Preußen. Um das nochmal sehr deutlich zu machen. Und wenn die bayerische Redewendung kommt, dann sind wir nicht gemeint. Um das klarzustellen. Notfallvorsorge im Krankenhaus erfordert Planung, kontinuierliche Fortschreibung und Training. Meine beiden Vorredner haben diesbezüglich einige Ausführungen gemacht. Ich möchte aber gerade die letzte Diskussion, die durch eine Fragestellung aus dem Blickwinkel einer freiwilligen Feuerwehr gekommen ist, dass man ja genervt ist, wenn man mehrfach in der Nacht geweckt wird, um irgendwo eine Fehlauslösung einer Brandmeldeanlage zu besichtigen. Das Gemeinderecht lässt in allen Ländern zu, dass Gebühren im Satzungsrecht der Gemeinde erhoben werden können. Und die Freie und Hansestadt Hamburg hat vor über 20 Jahren Fehlalarmierung durch Brandmeldeanlagen gebührenpflichtig gemacht. Und damit ist die Zahl der Fehlalarmierung erstaunlich zurückgegangen. Wir tolerieren sogar eine Fehlalarmierung einmal im Jahr sozusagen, damit die Einsatzkräfte wissen, wie der Weg dahin geht und wo die Zentrale ist und wie die Laufzettel laufen. Das kann man auch machen. Aber wenn es mehr als einmal im Jahr ist, dann kostet Geld. Und mit Geld kann man vieles regeln. Also da sind wir Hamburger ganz schlau. Also wir sind eine Kaufmannsstadt. Gut, zurück zur Natur. Wir haben in den beiden vorangegangenen Vorträgen relativ viel über Brandereignisse bekommen. Vergessen Sie jetzt einfach mal Brandereignisse oder sagen wir, das ist ein Teil einer Krise. Nehmen wir also erst einmal eine große schwarze Kiste. Und in dieser Kiste sind Krisen. Und wenn Sie den Deckel dieser Kiste aufmachen, dann öffnen Sie die Pandora. Ja, dann geht's los. Also wir wollen nicht in die Statistik eingehen, die über die Google-Suche aus den verschiedenen Medienberichten rekrutiert wird. Wir wollen bestenfalls eine Randnotiz auf Seite 3 sein. Im Krankenhaus, im Alten- und Pflegeheim XY hat es das und das als Ereignis gegeben, aber durch die dort üblichen Prozesse ist nichts weiter passiert. Diesen Zeitungsartikel wollen wir haben. Aber die Titelseite, die Hütte ist abgebrannt, die brauchen wir nicht. Also insofern müssen wir etwas weiter denken und Brand ist ein denkbares Ereignis, auf das wir eingehen wollen. Das bin ich, das ist uninteressant. Und von Brandereignissen, da kenne ich was. Das war mein erster. Da habe ich den Zahn verloren. Deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Ein Schwarz-Weiß-Foto mit einem Häuserbrand. Weiter, zwei Kaiserschnitte waren am Laufen, als der Dachstuhl brannte. Der Kreißsaal mit dem OP-Trakt war unmittelbar unter dem brennenden Dach. In Abstimmung zwischen den Operatoren und der Feuerwehr wurde also dieser Bereich, so gut es geht, gesichert. Die elektrische Energieversorgung wurde nicht abgeschaltet, sonst hätten die vielleicht im Dunkel operieren müssen. Also da kann man durch Absprache auch in so einer Krise eine ganze Menge erreichen. Das Brandereignis Stadtklinik HEMA, sauerstoffversorgter Patient meint, er müsse jetzt rauchen. Klassiker. Also es passiert immer wieder und deswegen will ich jetzt auf diese Details, warum, wieso, weshalb, nicht weiter eingehen. Die Frage ist vielmehr, wie sind denn die Reaktions- und Aktionsprozesse in so einem Haus geregelt? Wie gehe ich mit einer Krise um? Und da müssen wir uns klar machen, wir wollen Chaos vermeiden. Wenn der eine oder andere zufälligerweise mal den Einsatz einer Feuerwehr beobachtet, weil zufälligerweise nebenan der Gasthof lichterloh in Flammen steht, dann hat er das Gefühl, das ist ja chaotisch. Nein, es ist nicht, denn die Jungs und Derns von der Feuerwehr wissen, was sie tun und die haben Standing Operating Procedures. Genau wie auch sie an ihren Arbeitsplätzen nach ganz bestimmten Regeln der Kunst handeln und agieren. Und zum Schluss kam das Thema Üben, Üben, Üben. Es ist keine Frage, wie groß ein Haus ist oder nicht. Es ist eine Frage, wie oft kommen bestimmte Ereignisse vor. Und je seltener ein Ereignis ist, desto intensiver muss ich es üben. Denn sonst beherrsche ich es nicht. Das, was ich täglich mache, da muss ich nur gucken, ob ich nicht inzwischen betriebsblind geworden bin. Aber was ich eben nur einmal im Jahr mache, das muss ich trainieren. Denn wenn es denn einmal im Jahr kommt, dann muss es auch funktionieren. Chaos muss ausgeschlossen werden. Denn jede Chaosphase birgt eben das Risiko weiterer Eskalation. Unfallgefahren und so weiter, Fehlhandlungen. Man wird nervös, man wird hektisch, man wird irre im Kopf, was auch immer. Also wir wollen auch in einer kritischen Situation bestimmte Funktionsprozesse routinemäßig, in Anführungszeichen, abarbeiten. Das ist unser Ziel. Und das muss unser Ziel sein, wenn wir solche Situationen beherrschen wollen. Und deswegen müssen wir uns auf Kernaufgaben fokussieren. Wir sind für die Sicherheit der Kunden, Klammer auf, Klammer zu, unsere Patienten verantwortlich. Wir haben aber nicht nur Patienten im Haus, sondern wir haben natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus aus allen Fachbereichen. Wir haben Besucherinnen und Besucher im Haus, vielleicht sogar Kinder, die einen Klassenkameraden besuchen. Wir haben Fremdfirmen im Haus, die irgendwas instandsetzen, reparieren. Und wir haben natürlich unsere Haustechnik von Küche, Überwäscherei bis hin zu den handwerklichen Leistungen. All diese Menschen sind von einer kritischen Situation betroffen. Und es ist die Fürsorge, dass diesen Menschen auch bei solchen Ereignissen nichts passiert. Also wir müssen vorbereitet sein, damit wir so etwas beherrschen. Und nun gibt es natürlich viele Überlegungen, wie bereite ich mich auf was vor. Da gab es gerade im Kontext mit den verschiedensten Terroranschlägen immer die Situation, ja, wir brauchen jetzt eine Regelung für den Massenanfall von Verletzten. Das wurde auch an vielen Stellen in unterschiedlichen Krankenhäusern, so auch in Hamburg, regelmäßig geübt, findet auch heute noch statt. Und was kriegen wir? Eine Pandemie. Das haben wir nicht geübt. Internistische Notfälle haben wir nicht geübt. Wir waren auf die Chirurgischen vorbereitet und auf die Verbrennungsfälle, aber das haben wir nicht geübt. Wir haben aber trotzdem unsere Prozesse hochfahren können. Wenn auch manchmal etwas verzögert, es ist eben besser, vorbereitet zu sein. Da liegt plötzlich in ihrer Stadt ein Kreuzfahrtschiff an. Wenn das in Hamburg passiert, sind da ungefähr 3000 Menschen an Bord. Wenn das in Köln passiert, sind das vielleicht 1000. Die Schiffe sind da etwas kleiner, weil die sonst nicht unter der Brücke durchpassen. Davon haben 400 Novo-Virus und 150 sind akut. Ja, jetzt haben Sie plötzlich 150 Patienten in den Kölner Kliniken. Da kommen Sie aus dem Staunen nicht raus. Also ich muss vorbereitet sein auf die unterschiedlichsten Fälle. Und unterschiedliche Fälle heißt, was mache ich denn, wenn mir mein Personal nicht in der Form zur Verfügung steht? Es ist überhaupt nichts los. Nur das Personal fehlt. Warum fehlt das Personal? Weil wir ein Blizzard haben. Da können Sie ins Münsterland gehen, da können Sie nach Schleswig-Holstein gehen. 1979 in Schleswig-Holstein sind die Krankenschwestern mit Langlaufski zum Dienst gefahren. Und haben zwei Stunden gebraucht. Dann sind Sie aber K.O. Aber Sie sind gekommen und konnten dann ablösen. Andere sind geblieben, weil die Ablösung nicht da war. Haben Sie für so ein Blizzard, wie wir ihn in Münsterland erlebt haben, einen Plan? Sind Sie darauf vorbereitet? Können Sie mit weniger Personal sozusagen die Kapazität des normalen Klinikbetriebes aufrechterhalten? Und was lassen Sie als erstes weg? Also es geht um zwei Bereiche, nämlich um die Funktionalität Ihres Hauses und um die Kapazität Ihres Hauses. Und diese beiden Elemente sind miteinander verheiratet. Wenn Sie eine funktionelle Störung haben, müssen Sie möglicherweise die Versorgungskapazität reduzieren. Haben Sie eine kapazitive Überforderung durch einen Massenanfall von Verletzten, Erkrankten, was auch immer, ist die Funktionalität infrage gestellt, weil Sie nicht genügend Beatmungsgeräte haben. Oder, oder, oder. Also fokussieren wir uns in diesem Kontext auf Funktionalität und Kapazität und nicht, habe ich einen internen Notfall oder habe ich einen externen Notfall. Nein, wir betrachten das aus einem etwas anderen Blickwinkel. Also Funktionalität und Kapazität sind die Schlüsselelemente und beides wirkt sich am Schluss immer auf den personellen Bedarf aus. Ja, ja, natürlich, ich habe noch zusätzliche Intensivbetten, aber ich habe keine Intensivpfleger mehr. Dann nutzt mir das Bett gar nichts. Ja, also ich muss da Strukturen entwickeln. 1971 hatten wir eine leichte Influenza-Epidemie im norddeutschen Raum, mit der Folge, dass eine hohe Zahl der Krankenhausbediensteten Krippe hatten. Maßnahme? Ungefähr 200 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren sind in die Krankenhäuser eingerückt und haben auf Stationen Hilfsdienste gemacht. Das waren damals Jungs, die mit der Bratpfanne über Stationen gelaufen sind. Entlastung des vorhandenen Personals oder sozusagen Entlastung von einfachen Arbeiten, die man relativ schnell Menschen beibringen kann, um die Fachkräfte freizubekommen für spezielle Aufgaben. Also Sie sehen, wenn ich einen Plan habe, kann ich ganz bestimmte Maßnahmen ergreifen. Und Plan heißt, ich muss auf bestimmte Dinge vorbereitet sein. Nun sage ich Ihnen als alter Krisenmanager, so blöd können Sie gar nicht denken, wie es Ihnen passieren kann. Sie brauchen also Überlegungen. Wie bereite ich mich auf die unterschiedlichsten Varianten vor. Und ich habe Ihnen hier mal einige kleine Beispiele mitgebracht, die mal so ein bisschen ein Stück weit Bandbreite beleuchten. Der Klassiker, der Patient zündet das Krankenhaus an. In diesem Fall so schräg, da kommen Sie vorher nicht drauf, dass das ein denkbarer Fall wäre. Ja, also sein Kumpel bringt Ihnen einen Benzinkanister mit, der geht auf den Flur, schüttet sich voll Benzin, zündet sich auf den Flur an, rennt brennend in sein Patientenzimmer und verbrennt dort. Der Brand in dem Patientenzimmer ist so heftig, dass es aus dem Fenster wie aus einer Lötlampe rauskommt und gleich ein Geschoss höher in das nächste Patientenzimmer hineingeht. Das ist der Zustand, als die Feuerwehr umgekehrt kommt. Da haben Sie als Einsatzleiter der Feuerwehr Schweißausbrüche auf der Stirn. Trotzdem, durch gute Vorbereitung wurde auch dieser Fall ohne weitere menschliche Opfer gemeistert. Vorbereitet sein. Vorbereitet heißt aber auch, ist meine Technik intakt? Wirbelsturm über Hamburg, schmeißt zwei Kräne um und der Wind weht ein komplettes Dach eines Schuppens weg. Das sind so Metallblechplatten von acht Meter Länge. Und was macht er mit diesen Platten? Die hängt er auf die Hochspannungsleitung, wie auf eine Wäschenleine. Und die Folge ist logischerweise, Dunkeltunen, Licht geht aus. So auch in den Krankenhäusern. Natürlich haben Krankenhäuser Ersatzstromanlagen, die springen auch an. Das eine Krankenhaus hat eine Ersatzstromanlage, konnten sie noch den halben Stadtteil mit versorgen. Eine beleuchtete Insel. Nichts war dort passiert. Das Ding brummte vor sich hin. Auf allen Stationen brannte das Licht. Alle Funktionalitäten waren gewährleistet. Im Nachbarkrankenhaus war diese Anlage Jahre kaum gepflegt worden. Sie war inzwischen so klein, dass sie nur 50 Prozent des Krankenhauses versorgen konnte. Und nach einer Stunde hat sie Deckebacken gemacht. Dann stehen sie im Dunkeln. Jetzt können Sie gleich die Frage diskutieren. Ja, wollen wir jetzt das Krankenhaus evakuieren oder lassen wir das? Sie können aber auch viel einfacher an die Sache rangehen und sagen, die Nachtschwester soll in das Patientenzimmer 17 kommen. Warum? Da liegt der Patient in seinem Bett und sagt, gucken Sie mal, es tropft direkt von der Decke in mein Bett. Und zwar heftig. Die Bettdecke ist schon klatschnass. Was macht die Nachtschwester jetzt? Gibt es einen Plan? Wen ruft sie an? Weiß sie, wo der Haupthahn ist, um das zuzudrehen? Lässt sie dann so lange die Patienten ihrer Station alleine, bis sie irgendwo den Schlüssel gefunden hat, in den Keller gelaufen ist, den Haupthahn zugedreht hat? Oder weiß sie jemanden, den sie anrufen kann, der nachts logischerweise nicht abnimmt, weil sein Handy im Wohnzimmer unterm Fernseher liegt und er schnarchenderweise im Bett. Also es gibt viele Varianten, die wir in diesem Kontext besprechen müssen, um vorbereitet zu sein, um eine Chaosphase auszuschließen, um Unfallgefahren zu vermeiden. Und wie das dann in so einem Krankenhaus bei einem Starkregenereichnis aussieht, habe ich Ihnen mal als Bild aus Münster mitgebracht. Ein Flur steht unter Wasser. Ist die Funktionalität gegeben? Fünf Zentimeter Höhe läuft es in die Steckdose. Dann hüpfen Sie aber über den Flur. Was ist das? Spannende Frage. Wo ist das? Es sieht aus wie in einem Kriegsgebiet. Sind Sie betroffen? Sind Sie nicht betroffen? Das ist ein Fünf-Minuten-Ereignis eines Wirbelsturms einer Windhose über Pforzheim. Zerstörte Häuser, Autos, ungestürzte Bäume. Unterhaltsames Bild. Also, wir müssen in Wechselbeziehung setzen, wie ist meine Funktionalität, wie ist meine Kapazität, welche Wirkungen und welche Konsequenzen ergeben sich aus einer Störung, aus einem Gefahrenzustand und wie gehen die Menschen damit um. Dafür brauche ich einen Plan. Und dieser Plan muss alle irgendwie umfassen. Ich muss also auch alle beteiligen. Ich muss auch den Dienstleister beteiligen. In Eschweiler ist das Krankenhaus voll Wasser gelaufen bei dem Starkregenereignis 1921. Nee, nicht 1921, 20, 21. Ich bin zu alt. Ein Patient hat den Pizzaboten bestellt und hat sich Pizza bringen lassen. Der Pizzabote ist höftief durchs Wasser gelaufen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Ja, das müsste ich mal vorstellen. Hätten Sie das auch gemacht? Pizzaboten sind die Rettung der Nation. Also, wir müssen hier an die Pläne ran und wir brauchen Motivation. Wenn Sie Pläne machen wollen, die all diese Varianten von potenziellen Störungen, Krisen, bearbeiten, dann muss sich dort jemand drum kümmern. Sie brauchen ein Krisenmanagement-Team und dieses Team muss aus allen Bereichen rekrutiert werden. Da muss man nicht einen hauptamtlichen Krisenmanager beschäftigen. Da muss man auch keinen externen Gutachter beauftragen, der all diese Arbeit macht. Denn dann müssen alle diese Arbeit lesen. Sie brauchen hier aus dem Inneren heraus ein Team, die den Laden kennen und die wissen, was geht und wie sich das mit dem täglichen Betrieb verheiraten lässt. Und der Chef muss deutlich machen, dass er das will. Wenn irgendeiner sagt, wir brauchen einen Krisenplan, ja, ja, das kann ja der Müller machen. Nie. Der Chef muss es wollen. Und der Chef muss sich einbringen und der Chef muss sich beteiligen. Denn sonst läuft es immer auf der Vertreter vom Vertreter vom Vertreter. Und dann funktioniert es am Schluss nicht. Und Sie müssen alle beteiligen, und das haben meine Vorredner auch schon deutlich gemacht, Sie müssen Lösungen finden, die von den Akteuren umsetzbar sind, die Sie verstehen. Nicht theoretisch, wenn das und das, dann müssen Sie und überhaupt. Nein, ich muss es hier begreifen. Einfach, simpel und gut. Und dann kann es auch in einer Krise funktionieren. Und wenn ich nicht alle Akteure beteilige, wird es an bestimmten Stellen haken. Dann rennt die kontaminierte Feuerwehr in den OP und da will ich sie nicht haben. Also muss ich das vorher mit denen besprechen. Und wenn man sich dann die Zuständigkeiten anguckt, dann muss man schon mal genau gucken, wen man alles beteiligen muss. Nicht nur aus der öffentlichen Verwaltung, sondern auch, was ich an externen Dienstleistern habe. Bis hin zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Und ich muss auch die Reaktion der Angehörigen berücksichtigen. Da wird nachmittags in Facebook oder sonst wie auf sozialen Medien gesagt, das Krankenhaus brennt. Ja, da ist ja Oma. Was machen die? Die Franzi Oma. Ja. Sie haben aber auch das Personal alarmiert. Jetzt brauchen Sie einen Parkplatzwächter, der das sortiert. Wer ist wichtig und wer ist unwichtig? Also, es gibt viel zu tun und ohne Führung läuft nichts. Und deshalb ist es wichtig, dass der Chef erkennt, mein Image meines Hauses, die Zukunft meines Hauses, hängt davon ab, wie gut ich auf Krisen vorbereitet sind. Und alle müssen es wollen. Das lassen wir weg. Das lassen wir auch weg. Was Sie brauchen, sind erst einmal ganz grundsätzliche Regelungen, die völlig unabhängig davon sind, welche Krise eintritt. Wer darf entscheiden, nachts um drei, wir evakuieren das Krankenhaus. Och, das hat der Einsatzleiter der Feuerwehr gesagt, dann bin ich ja raus. Ja, haben Sie dem widersprochen? Nö. Ja, warum nicht? Ja, ich dachte, das ist gut so. Nein, das muss man diskutieren. Und dann muss man sagen, nee, ihr habt zwar keinen Strom, aber der Zustand ist nicht so risikobehaftet, wie eine Evakuierung risikobehaftet wäre. Also, auch das kann man diskutieren. Also, diese Führungsorganisation, die Weisungskompetenzen, wurde vorhin auch schon genannt, all dieses gehört in die Betrachtung hinein. Und dann kann ich ereignisspezifische Dinge machen. Wie kann ich organisieren, ein Krankenhaus zu evakuieren? Und dann ist es egal, ob ich das Krankenhaus aufgrund eines Brandereignisses evakuiere oder aus anderen Gründen, weil nebenan eine alte Weltkriegsbombe rumliegt und die muss jetzt unbedingt entschärft werden. Also, dann bin ich davon erst einmal unabhängig. Am Schluss muss ich üben, üben, üben. Und das wurde von meinem Vorredner auch sehr deutlich gesagt. Und ich habe eingangs gesagt, je seltener ein Ereignis ist, desto intensiver muss ich es üben. Ich muss aber nicht jedes Mal das ganze Haus in eine Übung einbinden. Ich kann mich auch auf dem Freitagnachmittag mit der Teppichetage um einen runden Tisch setzen und sagen, wir machen jetzt eine Planbesprechung. Es kommt zu einer Verpuffung im OP. Das rumpelt kräftig, irgendein Schrank fliegt auseinander und der Patient liegt mit offenem Bauch da. Was machen wir denn jetzt? Das muss ich jetzt nicht mit einem offenen Bauch üben. Das kann ich erst einmal besprechen. Sie machen einfach ein Bild von so einem offenen Bauch und sagen Ihnen, Jungs, derens, So ist die Situation. 13 Uhr 24, offener Bauch, OP darf und kann nicht fortgesetzt werden. Wie geht ihr weiter vor? Und das kann ich besprechen. Und wenn ich dann noch Kaffee und Kuchen serviere und anschließend grill, dann nehmen die auch alle teil. Dann gehen die auch hochmotiviert wieder weg. Ich muss die Leute auch bei solchen Übungen motivieren, begeistert an der Übung teilzunehmen. Warum? Dann sagen sie mir auch, was an den Prozessen, die ich hinterlegt habe, noch verbessert werden kann. Motivation ist das Stichwort. Alle weiteren Details, wie wir zum Beispiel in solchen Situationen das Fenster nicht unbedingt öffnen sollten, ein Bild mit einer Wassersäule vor dem Wohnzimmerfenster. Wenn wir im Workshop zusammen sind. Es gibt nicht nur ein Handbuch des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Es gibt auch eins von den Kollegen Scholtes, Wurm und mir. Auch da können Sie viele, viele Hinweise zu der Gestaltung eines Krankenhaus-Alarmplans finden. Sie können das auch anschließend zertifizieren lassen. Das geht alles, ist problemlos möglich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. Das Hamburger Urgestein-Professor-Doktor-Ingenieur Per Rechenbach, graue Haare, Brille, legt seine PowerPoint-Präsentation beiseite und wartet nun auf Fragen. Ich habe mich auch nicht auf die Zeit gehalten, aber ein bisschen haben Sie leider doch überzogen. Ich weiß jetzt nicht. Ich muss Sie ja mal Luft holen. Haben wir noch eine Frage, die ganz kurz beantwortenbar ist? Versuchen wir es? Eine Frage aus der dritten Reihe. Eine Dame bekommt das Mikrofon. Ich stelle mir immer die Frage, wenn ich durch unseren Fluren gehe, die Notausgangsschilder sind immer schön oben. Wenn da verraucht ist, findet man den Ausgang nie. Wäre es nicht sinnvoller, die unten irgendwo anzubringen? Ja, da gibt es technische Lösungen für. Die sehen Sie in jedem Flieger, wenn Sie auf dem Weg nach Mallorca sind. Aber nirgendwo im Gesetz gefasst, sodass die Krankenhäuser umsetzen. Es geht um eine Risikoanalyse des Betriebes. Und der Betrieb muss entscheiden, wie er was handhaben möchte. Sehen Sie. Und da drin ist nicht der Schlüssel. Und das kostet noch nicht mal viel Geld. Das muss ich nur bei der nächsten Renovierung, beim Streichen des Flures berücksichtigen. Und schon habe ich die Lösung. Ich kann das auch als Rollenware von 3M kaufen. Ich mache jetzt mal Werbung. Kriege ich aber leider nichts für. Können Sie an die Wand kleben. Also hier Stichwort Gefährdungsbeurteilung. Da sieht man, dieses Krisenmanagement ist ganz eng mit dem Arbeitsschutz verbunden, obwohl man das erst mal gar nicht in Zusammenhang bringt. Eins haben Sie, also Sie haben mehrere Dinge jetzt nicht erwähnt, aus Zeitgründen, wofür ich im Prinzip sehr dankbar bin. Aber das wollte ich jetzt noch sagen. Cyberkriminalität ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo sich die Betriebe auch mal Gedanken machen sollten. Aber ich erinnere mich nur, als ich sie erreichen wollte, ich konnte es zwei Monate lang nicht, weil die Hochschule, bei der Sie als Lehrauftragter beschäftigt sind, war einem Cyberangriff erlegen. Also das ist auch noch ein Riesenproblem. Stellen Sie vor, Ihre IT ist manipuliert. Das ist natürlich schon ein Riesen. Es ist doch an der Hochschule ganz simpel. Es gibt zwei Dinge, die stören. Das eine sind die IT, das andere sind die Studenten. Und wenn Sie von der IT in Ruhe gelassen werden, weil Cyberangriff ist, was wollen Sie mehr? Das ist ein idealer Zustand. Das Gute war ja, vielleicht hatten Sie einen Krisenplan, ich weiß es nicht, jedenfalls war der natürlich nicht in Papierformen vorhanden, sondern im System drin. Darum konnten Sie mir keine Fehler aus. Aber das ist nur am Rande. Wer sich mit diesem Thema noch etwas näher befassen möchte, Sie haben ja morgen auch den Workshop, den hatten Sie eingangs schon erwähnt. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen. Es ist eine große Freude, mit Herrn Professor Rechenbach zusammen ein Thema auszuarbeiten. Ich bedanke mich, ich muss jetzt leider, ich habe die Zeit schon leicht überschritten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den hervorragenden Referenten für diese spannenden Themen und ich bedanke mich auch bei Ihnen für das Interesse, für dieses wirklich sehr, sehr wichtige Thema. Und gehen Sie mal zurück im Betrieb und überlegen Sie, nehmen Sie nochmal Ihren Krankenhausalarm und Einsatzplan in die Hand und schauen Sie mal, ob Sie vielleicht da noch ein bisschen nachjustieren müssen. Vielen Dank. Morgen geht es hier in Hamburg beim BGW Forum 2023 ab 9 Uhr weiter, hier im großen Saal und natürlich auch im Livestream. Haben Sie eine gute Zeit und wir sagen Tschüss, wie man das in Hamburg so macht und auf Wiederhören. und auf Wiederhören. Vielen Dank.